ich habe doch nichts verstanden neue aufgerüstet und es gibt ein vortrag wie es mit ihren bei kontakt nur war war was habe ich jetzt die morgen verbessert schon ich weiß es nicht nee ist es ist unnählbar jetzt geschäft betreiben die franzosen dort ist es nur landnahme es hat mehr ökonomische denn geografische einige der halbungen werden von feinden der kolonien finanziert sie wollen die lokale autorität untergraben ich hörte sie bestehlen die bürger und grundgüter für den zehnfachen preis heute immer der kleine mann feuer das sind die wasser ich möchte nur dass diese kolonien ein sicherer und blühender ort so ich dachte reiche männer suchen nur nach profit ich bin nicht reich geld ist ein mittel zum kein ziel an sich für ein kartenspiel ist es durchaus ein ziel gut möglich aber wir setzen mal einfach mal jetzt hier an würde ich sagen legen wir nicht an wir legen nicht an ich darf schwimmen kann nicht bestätigen kann ich bestätigen ja das ich konnte ich habe ich bin ich bin Ich will erst da oben hin. Schnauze. Ich will jetzt mal das Ding hier. So ist es gut. Good boy. Good boy. Synchronisieren bitte. Ich habe direkt den richtigen Weg gefunden. Den haben wir jetzt schon mal weg. So eine kleine Ecke, wo wir uns zurückziehen können wenigstens. Da haben wir ihn ja. So eine kleine Ecke. So eine kleine Ecke. Oh. So, das war das. Das war jetzt relativ cool. So, das war's, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Hop, hop, hop. Nehmen wir uns auch gleich das hier oben mit. Ich weiß ja nicht, warum ich das machen sollte. Zack, zack, alter. So als wenn ich das immer geplant hätte. Das ist doch alles, alter. Jetzt muss ich zurückkommen. Und den schnappen wir uns auch direkt. Sehr schön. Zack, als wenn wir nie da gewesen wären. Geilo, alter. Schönes Ding. Gar kein Problem für mich. Sehr schönes Ding. Das war jetzt echt... Wow. Also... Klappt das besser als gedacht? Wir brauchen stärkere Kanonen, bevor wir uns dem vornähern. Bereitet die Arbeit in der Kabine vor. Wollen wir mal sagen, was ich zu tun habe, erster Mart. Ich bin der Captain. Morgen mit Mörser fristen. Das wollte ich hören. Kaufen. Morgen verbessern. Oh, was das denn? Oh, was das denn? Oh, was das denn? Ja, bitte. Bestätigen. Bestätigen. Das Ding Dauerfeuergeschiss oder sowas. Keine Ahnung, alter. So, kann im Endeffekt jetzt nichts mehr kaufen. Das Aussehen. Schwarze Schattensegel. Scheiße, kostet es mich ja. Wolfssegel. Achso, wir haben Wolfssegel. Nice. Scheiß. Ja, gut. Wie ich gesagt, dass die Scheiße sind. Ja, gut, das habe ich, aber... Warte mal, ist das wirklich richtig? Schmidt mit einem Wolf. Dann... Die haben wir in Haken. Also, das ist in Ordnung. 800. Sehr schön. Dann müssen wir uns jetzt ja nur zu uns ein Schiff gucken. Dann können wir unsere 800 auch direkt kassieren. So, Mörser. Die Schüssel verbessert. Das ist richtig. Dieses Vorsamt-Besatzung wird vor der Morriganer Zitter. Aber bevor wir jetzt großartig das Fort angreifen, würde ich sagen, wir beenden das kann sie hier. Ich beharrt mich für zu sehen. Wehm mal. Schreibt alles in die Kommentare. Für alles mögliche. Und, äh, demnächst gibt es auch ein... Äh, demnächst gehe ich zu... Doyakum. Doyakum? Bin ich dir bescheuert? Zum Japan-Tag. Und wollt ihr dazu ein Video sehen? Ja, nein, vielleicht auch in die Kommentare. Wird es schon. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online. Tschüss. Ohhhh Euer Christian. Du ist's. Untertitelung des ZDF, 2013 ,